Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Der vierten glaube ich. Immer noch in ARK. Wir spülen nichts anderes. Wir haben nichts zu tun. Letzte Folge die ganze Zeit nur gefarmt. Vielleicht passiert jetzt irgendwas spannendes. Mal sehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil wir noch alle im Aufbau sind. Ich glaube ich mache jetzt total spannend für den Pulver. Achso, ja genau. Neben dir ist eine Aufbewahrungsbox. Machst du wieder die falschen Sachen? Nice. Oh, ich bleib hier erst mal die Dino hängen. Ja, hast du Steine geholt? Äh nein. Warte, wo ist Hermine? Da ist Hermine. Ich will mich nicht auf dich draus setzen, du sollst mir nur deine Steine gehen. Ey, sag jetzt mal nicht zu der. Ja, für alle, die es nicht wissen, der Dino heißt Hermine, ne? Nur so. Ne, so wirklich. Oh, Gegner. Was liegt da? Ja. Sorry. Jetzt habe ich Sebastiens Zeug aufgesammelt. Ja, sorry. Das war dringend. So. Das kannst du wieder haben. Das schmeiße ich wieder hin. Wird gerne mal 136 Mal Zünnpulver. Ja, mach einfach mal. Weinwurt. Die Unterwascherwelt ist voll hübsch. Kann ich hier jetzt eigentlich weggehen? Äh nein. Doch. Ich glaube nicht. Nicht. Oh ne, Mist. Ja, doch. Kann ich wohl, oder? Guck mal auf die Zahlen und dann geh mal weg und geh zurück und guck mal auf die Zahlen. Nein, kann ich wirklich nicht. Verdammt. Ach. Lecker. Lecker. Lecker Energydrinks. Links dann in der Beschreibung. Guck mal auf die Zahlen. Ich bin Wille. Hey, hey, hey. Keine Markenwaren. Was? Ich muss mich zu bewegen. Retard? Achso. Ja. Oh, da kämpfen zwei. Okay. 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 Ich helfe da mal und kill beide. Du bist aber nett. Ja, ich helfe euch übrigens schon wieder super beim Aufbauen. Ja, wir merken das. Ist kein Problem. Ja, sehr gut. Wir müssen jetzt ganz viel gekochtes Fleisch machen. Oh Gott. Alter. Aber mir fliegt schon irgendwas Bösartiges. Oh, ich muss jetzt kurz mal was nachschauen. Achso. Weiß irgendwer welches Level so ein violeter Drop hat? Nein. Ja, dann werden wir das jetzt gleich herausfinden, oder? Wir sollten so Sachen endlich mal auswendig lernen. Ne, ist ja peinlich. Komm, es ist jetzt die vierte Folge. So viel dürfen wir jetzt noch nicht auswendig lernen. Dann glauben wir alle, wir sind voll die Nerds. Am. Ja, da ist zwar weit gefehlt dann. Oh, ein Skorpion. Will denn noch jemand ein Skorpion? Äh, ja bitte. Ja, kriegt aber nicht. Soll ich das selber tame. So. Nice. Ich bin auf einer geheimen... Oh Gott. Alter, ich dachte gerade, da taucht so ein komischer Buckel auf. Ich dachte schon als ein Hai. Oh, es ist ein Hai. Holla die Waldfee. Ey, ist aber ein kleiner Hai. Oh, ho, 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 ho. Muss man kurz dem Mario was fragen. Okay, okay. Okay. Kein Problem. Geil. Ähm. Mag jemand mit mir in den Wald, sonst fühle ich mich wie Rotkäppchen. Ja, ich komme. Ach, oh, okay, dann gehst du halt mit. Nein, du, du gehst, äh, looten. Äh, hier steckt ein Dino in nem anderen Dino. Ja, lass die in Ruhe, die brauchen jetzt ihre Freizeit. Ja, lass die mal in Ruhe jetzt. Alter, ohne Witz, die kommen nicht mehr auseinander raus. Ja, doch, jetzt war's geschafft. Wo wissen wir Sebastian? Alle hin. Ja, ich hab aber wohl kein Dino mit, warte, dann geh ich auch rein holen. Alter, das sind die Weiber. So, jetzt für alle, ne? Der violette Droppoint ist für, äh, Überlebens, Überlebenslevel 35. Ah, ja, ich freu mich schon, wenn ich das nächste Mal frage. Ich bin der mit 37. Ach, war ja wieder klar, ne? Junge, ja dann, los. Ne, da ist 1000 weg. Ach, ja, da ist auch schon weg. Und der ist schon am Boden, ich glaub nicht, dass sich das ausgeht. Die bleiben ewig, bis die eine Einsame, glaub ich. Ne, glaub ich nicht. Gehen nach einer Zeit weg. Ja, Metall sammeln, schönen Tisch bauen. Warum kommen hier eigentlich so wenig große Fleischfässer vor? Also jetzt nicht, dass ich traurig darüber bin, dass hier so wenig Fleischfässer... Oh Gott, was ist das? Greift es mich an? Oh Gott, es greift mich an, Jesus. Äh, Spitzhacke oder... Spitzhacke oder Axt? Äh, soll ich mal nachschauen? Ich weiß es nicht. Ja, schau mal nach, bitte. Das war ja wahrscheinlich einer von unseren kleinen Stücken. Nicht anspucken, ah. Mich verfolgt, glaub ich so ein dummer Adler. Ah, ne, jetzt hat er wieder umgedrückt. Ich hab grad einen Metall bekommen. Ah, komm, bisschen so süß. In Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, du musst die, ähm, nicht die, äh, Axt benutzen. Äh, eins hab ich schon bekommen, ich mit der Spitzhacke jetzt. Was ist das? Ich hab doch gesagt, dafür brauchen wir nicht Spitzhacke. Echt? Du bist grad auf den Stein, aber November ist ja weg. Hä? Ach so. War das nicht hier, wo der Hai drin war? Hallo? Oh ja, und Piranhas. Nice. Au. 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 Ich bin hier runtergefallen. Level 92. Was läuft denn bei denen? Ja, jetzt geht's aber los. Ja, jetzt geht's aber los. Oh, Jesus Christ. Ey, hier kämpfen zwei Raptoren gegen, oh Gott, jetzt kämpfen sie gegen mich. Warum ist hier Dingmusik? Ach, war wohl ne schlechte Idee. Okay. Mein Fehler. Hast du schon wieder was angegriffen? Ja. Ey, jetzt ist mir hier ein bisschen zu viel Stress. Ich glaube, jetzt fuhre ich mal wieder auf die Bait. Das ist mir zu viel Stress. Aber ich lauf hier durch den Dschungel, vielleicht finde ich ja ein Großes. Ja, ne, das... Das war jetzt nicht, was ich gemeint... Oh, da ist ein T-Rex! Boah! 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 Der kämpft grad gegen so'n riesen... Äh, der... Wie heißt das, was wir getamed haben? Das große... Warum haut der mich? What the fuck? Ich glaube, Simon kämpft grad, der ist so leise. Ja, sorry. Ja, ne, ne, ist ja kein Ding, aber... Warum haut mich der... Alter, hier ist doch ein Krokodil? Oder hab ich mich da jetzt verguckt? Ich bin level up. Greif mich jetzt ernsthaft so Kackfliegen an. Ja, die sind voll nice, die geben dir Polymer und Chitin und so. Ja, kämpft ernsthaft ein T-Rex gegen so'n riesen. Ich würd gern näher rangehen, aber immer wenn ich näher rangeh, dann klatscht mich da... Äh, ich hab'n Dodo-Ei gefunden. Ein paar Geräusche reinkriegen von dem Battle. Lol, jetzt stecken sie ineinander. Ne, was ist das denn für'n unepisches Battle? Ey, ich hab' schon zwei mehr Teile. Ja, man merkt, dass das ne... ne Alpha-Version ist. Hahaha, ich hab' keine Ahnung, wann ich jemals wieder nach Hause finde. Oh, jetzt, komm, ich bin wieder so'n Kackkäfer, ey. Ah, okay, der T-Rex hat jetzt grad seinen Fokus gewechselt. Ooooooh. Pass auf, mein Vogel auf. Ja, 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 ich bin schon etwas zurückgetreten. Boah, verpissig. Sebastian, wie viel mehr Metall hast du schon gefunden? Zwei. Da bist du soweit wie ich... Oh, jetzt hab' ich drei, nice. Ich war jetzt, bin jetzt grad mal zurückgegangen. Ich geh' die ganze Zeit rückwärts, wahrscheinlich steh' ich dann irgendwann in der Ecke und dann werde ich gefressen. Ah, ne, jetzt kämpft er wieder gegen den Großen, also ist alles fake. Ne, der gewinnt sogar. Ne, der gewinnt sogar. Megacool-Lichtung. Sein' da mit dem Teich? Ja. Ja. Ja, da war ich auch schon. Alter, das sind ja ultraviele Dinos. Ja. Boah, in welche Richtung geh' ich denn da? Von da aus, wo du runtergefallen bist. Ja, genau. Und dann einfach durch... Ey, ey, ey. Der T-Rex hat grad... Ach, wer jetzt battelt, dass ich gegen den Yeti... Äh, ne, rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. So einem will ich echt nicht angegriffen werden, ne, ich schwör. Ich schwör. Ich schwör's. Ich glaube, die Steine hier haben viel eine höhere Dropshane. Ich hab' nicht bei einem Steine gerade drei Meteor bekommen, glaub' ich. Was? Was denn jetzt kloppt der Yeti den T-Rex weg? Das sieht's im Moment so aus. Boah, das ist voll schön hier. Ich glaub' er ist tot. Ja, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub' er hat mich gesehen. Ah, ne. Oh. Nice. Aha. Hey, das ist ja cool hier. Ja, ne? Boah, was geht denn hier ab, ey? Ganz gemüse hier. Da hinten ist ein blauer Drop. Oh Gott, wo ist er? Echt? Let's leveler sein. Ich weiß nicht, was blau für ein leveler ist. Ey, da ist so'n Schwein und ein Yeti. Nice. Wie ne? Paar. Der lagts ein bisschen. Ey, ich sag's euch. Ich bin so T-Rex mal auf unsere Base zu kommen, ne? Wir rennen einfach. Hey, ich werd angegriffen. Der zerlegt hier ein Vieh nach dem anderen. Äh, Tom's glaub' ich. Na, tötet ihn. Boah, ey. Oh, da hat sich jetzt der T-Rex verpackt. Oh, ne, hat er nicht. Ohohohoho! Ohohohoho, hat er nicht. Ohohohohohoho! Junge. Was denn?! Simon hilf mir mal, bitte. Ah, ok. Ja. Au. Au! Oh Gott! Das wär' jetzt ganz schlechtert, hein! Au! Hä?! Was ist denn jetzt passiert?! Der ist schon Tod. Mein Gott, ich bin ja richtig gut in dem Game, ich bin stressig. And I'm dead. Mega Neuro, was ist das? Die Mücken. Und das Ding ist Level... Du musst aufpassen. Ja, das Vieh ist Level 112. Hättest du weglaufen müssen? Ja. Tell me more. Yay. Erstmal ein neues spawnen. Wo bist du denn? Weißt du, wo du ca. geflogen bist? Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss, ey. Wirklich. Ich hab ne Blaupause für die Metallpickel und für die Spitzhacke Metall bekommen. Nice. Hä? Hier ein Canyon oder was? Ey, was geht denn jetzt ab, ey? Wo bin ich? Oh Gott, da ist noch ein T-Rex. Alter, was geht denn wieder ab? Kannst du mal da abhauen? Ja, ich guck jetzt mal auf die Map, wo ich bin. Wir haben ein Triceratops-Ei. Oh, cool. Und Hermine bekommen. Oh, cool. Land einwärts, ein Stück, und dann wimmelt's auf einmal hier von gruseligen Viechern. Ich eben noch gesagt, voll schade, dass hier so wenig große Fleischfresser rumlaufen, ne? Jetzt kackst du fast in die Horst. Ja, jetzt hab ich schnell den Butz schon voll, ja. He. Mal, jetzt muss ich meinen... Ah, okay. Will nicht. Aber wirklich sehr idyllisch. Oh, ein Raptor. Sehr idyllisch. Oh, ein Raptor. Kannst du meinen Kram mitnehmen, Simon? Ähm. Hä? Was ist das denn für ne riesen Kuh? Ach, das war nur ein Ovariraptor. Die sind voll lame. Ähm. Das sieht süß aus. Ich will wissen, wie das heißt. Hier ist ein Paraceraturi... Alter, ich kann das Wort nicht nur sprechen. Ja, das Bildschirm wackelt so, ist voll schwer zu lesen. Para... Okay, ich geb's auf, ey. Jetzt wackelt hier so richtig. Also, wie sieht der aus? Er ist... Sieht aus wie ein... Wie dieser Dino mit dem langen Hals. Mhm. Nur ist der Hals ein bisschen kürzer. Er hat einen Schwanz wie ein Bulle. Und er... Sieht aus, als wäre nackig. Als hätte er keine Haut, weil er überall rot ist. Äh... Keine Ahnung. Ach ja, übrigens ein Tipp, Leute, ne? Ja. Übrigens ein Tipp, wenn ihr ein Dino seht. Einen aggressiven Dino. Der rot leuchtet. Dann geht hin, weil er ist ein Bot. Geht da weg. Das ist ein Alpha. Der ist ungefähr 50 mal so stark wie die Nummer 1. Ah ja, cool. Gibt's das auch in Dodo-Form? Den würd ich gern trainen. Oh, was ist denn das für ein süßes Ding? Oh, so cute, Lüttel. Hier, das sieht aus wie... Ähm... Hendrik. Was denn? Du hast gesagt, das sieht aus wie... Da hab ich gesagt Hendrik. Ja, nein. Es hat so ne Keule, aber das ist nicht das Tier, was wir suchen. Das ist... Das ist... Das ist... Kleiner. Nein. Ich hab gesagt, das ist nicht das Tier, das wir suchen. Mein Gott, hör mir mal zu. Wie soll ich das beschreiben? Es sieht aus wie... diese... ähm... Tiere, die sich einrollen können und dann so rund sind. So kugelartig und gepanzert. Wie heißen die denn noch? Weißt du, was ich mein? Äh... Ja, ja, genau. Sieht aus wie ein fettes, zu groß geratenes Gürteltier. Ähm, dann können wir das aber genau das M, was wir suchen. Nein, 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 ist es nicht. Ich weiß, was wir suchen, aber das ist es nicht. Es heißt... Warte, wo ist der Name? Zoe Di... Du Rutz. Äh... Nein. Ja, genau. Hab ich mir auch gedacht. Denk ich irgendwie von uns was sinnvolles? Ja. Nein. Leid rum und guck mir Dinos an. Boah, da ist einer, den wir brauchen. Dein Hendrik. Toll. Toll. Cool. War der von Sebastian. Ja. Ich konnte ja nicht hin, dass wir nicht die Kills tungeleit. Hier ist so ein Vieh... Ach, du musst auch gestern? Nein. Aber das ist auch nicht das, was wir suchen. Aber das... Oh Gott, was kommt da geflogen? Ja, ich geh jetzt hier mal weg. Hier sind mir zu gruselige Dinos. Habe ich zu Angst, den Vogel hier zu töten, ne? Und da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Sind die schon immer noch hier? Das kann er aber nicht angehen. Ja, das kannst du vergessen. Welches Level ist das da? Sollen wir mal versuchen zu zweit das Ding kaputt zu klatschen? Oder schaffen wir das nicht? Ja, ich kann auch mit meinem Vogel kommen. Ich bin Level 160. Ja, dann mach mal schnell bitte, weil Hermine steht da oben. Echt? Wo denn? Beschreib mal. Wo bist du denn hingelaufen? Ja, durch die Schlucht in die Lichtung. So, äh... Da bin ich doch auch da oben. Durch welche Schlucht? Ich weiß welche Schlucht. Ach da Richtung Mammut und dann rechts rein? Ja. Ja. Okay, ja, ich renne schon. Ich bin schon unterwegs. Ich bin auch schon unterwegs. Hier hieß ein F hier und die kann man zählen. Die sitzen da immer vor der Schulter von einem. Das war cool. Wo ist das Ding, das mega neu war? Ja. Einfach geradeaus rein. Also, wenn du reinkommst, rechts eigentlich steht. Hermine müsste da auch eher rumstellen. Ja, aber ich sehe das viel nicht. Ja, musst du ein bisschen rumrennen, dann taucht es auf einmal auf. Sieht das aus wie ein riesiges Bälle oder was? Ja. Ja, die sind aber relativ klein, die Dinger. Hm. Ah, hier ist der Eingang. Also es fliegt. Ja. Wo ist denn dein Inventar? Ah, da unten, ich hab's gesehen. Ja, hab's, 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 hab's. Kann ich mal versuchen, das zu killen? Ja, warte ich, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ja, warte, bis alle da sind, dann können die das versuchen zu killen. Oder zumindest baiten und ich versuche mein Inventar zu holen. Ich bin... Simon, wo bist du? Ach, du bist auch hier. Ich hab's aus den Augen verloren. Ja, ich kann das ja mal battlen und mal gucken, wie viel Damage mir das macht. Weil's zu viel macht, glaub ich, weg. Ja, nee, dann lass mich... Dann warte mal wenigstens, bis ich da bin. Weil dann kann ich, während du das nachguckst, kann ich mein Kram einsammeln. Wie viele Hits hat das für dich gebraucht? Ohne irgendwelchen Kram zwei. Oh, okay. Ah, Henni, komm mal zurück, bitte. Ja, 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 bin unterwegs. In die Schlucht, da sind Trump. Und ich kann gleich nicht mehr rennen. Also dich verfolgt nix. Ah, okay, dann sind die vielleicht stehen geblieben. Oder ist es da? Es ist Mega-Nora. Oh, 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 jetzt macht's komisch Musik. Wer wird angegriffen? Jetzt bist du wahrscheinlich. Du bist wieder weg. Entschuldigung. Ja, das waren die Jumps wahrscheinlich. Da vorne ist es. Wo ist da vorne? Ach, neben dem Yeti. Da, wo ich stehe, links vom Yeti. Ja, der... Äh, sammelt der gerade den Loot auf? Nein, nein. Ja, warte, Simon, geh mal weg. Du, Doris weg, der läuft ja die ganze Zeit nach. Das nervt Mega. Ah, ich will jetzt nicht den da angreifen. Komm her, du Kackvieh. Das ist Level 36. Ich glaub nicht, dass es das war. Doch, das war das. Level 36? Ja. Ja, die sind übelstark, die Viecher. Ja. Keiner Effekt. Hast du deinen Loot? Ja. Wir haben ja den Loot von dem auf, ne? Was? Warum? Ja, weil das Chitine hat. Und das ist ziemlich... Oh Gott, oh Gott. Boah, ich stand grad nem Yeti im Weg, ey, das wollte ich aber nicht. Das ist nicht gut. So? Ey, das ist meistens... Irgendwann Level up. Ja, ich... Hallo. Ja, dann ne, jetzt aber schnell wieder raus hier, ey. Ach so, den Kram könnte ich mal anziehen vielleicht. Weißt du, das ist Luft. Woher hast du eigentlich das Mammut gesehen, Hendrik? Du hast so gesagt, du hättest dein Mammut gesehen. Ja, aber das ist das getamed. Ja. Ach so, das ist nur das Kinn. Hab der jetzt alles, hat der dann Reittier? Ja, ich hab eins. Ja. Ich hab alles, was ich mitgenommen hab, wieder mitgenommen. Was denn, du kannst ruhig auf deinem Vogel reiten, ne? Ja, ich hab ja Hermine hier. Ja, mach dir ne, da kannst du ja erstmal deinen Vogel genießen, der ist richtig flitzeschnell ist. Nein, nein. Das ist flitzeschnell. Alter, ich hab 10.000 Decks von 20 Fleisch. Und 200 Leder. Ach nee, warte, 400 Leder, sorry. Oh Gott, ein Raptor. Wo ist ein Raptor? Bei mir. Eile. Äh, ist tot. Der Raptor oder du? Ja, der Raptor. Ich musste mal ein Dodo-Ei essen. Äh, Simon, kannst du mal schauen, ob du Skorpion, äh, einen Sattel für einen Skorpion machen kannst? Kann ich, aber will ich nicht mit lernen. Warum nicht? Du willst das Sattel lernen? Welches, welches Level muss man da sein? Weiß es nicht, keine Ahnung. Der guckt doch nach. Ich guck gleich nicht mehr nach. Äh, lol, was macht unser Stingo da? Oh Leute, 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 unsere Dinos rasten grad übel aus. Ja, weil die immer was verfolgen. Warum dürfen die denn überhaupt Sachen verfolgen? Weiß auch nicht. Vom Ding, was? Leute, Leute, mein Skorpion hat grad... Toll, jetzt ist mein Skorpion da oben verbuggt. Nice. Danke, Spiel. Ich hätte jetzt hier mal den... Wow, er sieht mal richtig viel. Ja, Harald. Harald, jetzt kannst du gucken, wie du da runterkommst, ne? Da frisst er denn jetzt? Du bist so fies. Ja, Harald. War mehr. Ja, sein braver Harald, sehr gut. Weiß nicht, Harald. War mehr. Was? Harald muss sogar einen Freundensprung aus dem Wasser machen? Hä? Äh, warum hat sich denn jetzt der Vogel bewegt? Hat sich immer doch den Vogel gesetzt? Nein. Oh, cool, das Level Up. Nice. Boah, ich bin auch bald Level Up. Na, nice, da bin ich Level 20. Vielleicht kann ich aber schon einen Sattel bauen. 25 kann sehr gut sein. Oh, verdammt. Ja, dann ist ja wahrscheinlich der da. Oh, ich hätte was noch gerannt. Ja, jetzt chill doch mal. Wir haben doch keinen Stress. Ja, chill aber. Hä? Oh, hey. Wo ist dein Grenzenbagger in die Rand? Ähm. Damatsch. Ähm. Ach. 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 Ich hab' den Ceratops. Was war das nochmal? Der Ceratops ist das Samina und Steven. Steven. Ah, so, okay. Schade. So nochmal? Ach, der Harald ist ja weiblich. Oh Gott. Du bist so gemein. Äh. Äh. Ilse. Und an dieser Stelle liebe Grüße an meine Englischlehrerin. War eine schöne Zeit. Ilse, Bilse, keiner Bilse. Kam da kochen, haben sie doch. Ja, 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 mit dem Spruch können wir uns jetzt eigentlich auch mal wieder verabschieden, oder? Das stimmt. Ja. Dein Zeitschminuten. Ja, eben. Wenn man richtig Gelegen machen. Mal richtig Gelegen machen. Ja, gut, dann verabschieden wir uns. Wir haben einige Sachen gesehen, also ich zumindest, die anderen haben brav weiter geackert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Tschö.